Hallo, ich bin Martina Reitz. Ich bin eine gute und brave Schauspielerin. Meine Lebensfreude gibt mir die Natur. Lassen Sie sich von mir verzaubern. Bäume mag ich gern und Bäume mögen mich. Ja, hallo, hallo, hallo. Wer ist denn da? Zu Schauspielproben gehe ich in den Park. Meine Kollegen und ich proben Romeo und Julia. Mein Ballett hat sich verbessert. Dadurch finde ich meine Balance wieder. Ausstrahlung ist das Ergebnis harter Arbeit. Ich bin voller Esprit. Mit Leichtigkeit den Berg erklimmen. Bergsteigen ist meine Passion. Das sieht man auch. Ich genieße den Gipfel und die Freiheit. Man kann auch allein eine schöne Zeit haben. Und die Bäume und die Sträucher sind ja auch da. Weiterlaufen. Mit vollem Herzen. Leben. Lachen. Einfach Freude. Einfach Freude. Einfach Freude. Einfach Freude. Einfach Freude.